Kein Konzept, legendär, und die Kids wollen mehr, das ist Twitch und Limit. Party People, herzlich Willkommen. Wir schreiben heute Fußballgeschichte. Herzlich Willkommen! Deutschland! 1 zu Leute! 3 zu 1 Deutschland! Was ist jemand? Ah! Nein, Jürgen! Nein, Jürgen! Ja, Suft beim Minderjährigen. Und da steht, keine Sorge, mein Halter wird bald zurückkommen. Ist das verrückt. Nio denkt, ich bin ein Hund. Kacke. Ich werde einfach vom Nio beleidigt. Ah, da rüsste ich ihn! Du Stundsohn! Was ist das, Mann? Das Jump Square Lan! Guten Morgen, wie ist dein Name? André. André, glaubst du, du kannst dich zum Lachen bringen? Wie lange habe ich Zeit? Eine Minute Zeit. Hast du einen guten Spruch auf Lager? Ja, du hast gelacht. Lächeln Sie doch! Bruder, wo ist jetzt mein Geld? Du hast gelacht, AMK. Ich würde auch sagen, wir smashen uns mal hin. Okay, bin ich dabei, bin ich dabei. Oh! Robin! Ja, okay, Klassiker, kenne ich natürlich auch. Also, ich habe ein paar Folgen Rumpies geguckt, muss ich dazu sagen. Mhm. Also, wenn wir das heute schaffen, bestelle ich irgendwas, was definitiv nutzlos ist. Auf Alibaba, was mindestens 1000 Euro kostet, okay? Ich werde heute 1000 Euro in Alibaba versenken. Wie, dann bist du denn total bescheiden? Hey, Bro, ihr macht ohne das... Ohne das überhaupt was sieht, fickt er mich! Es macht keinen Sinn! Aber krieg ich jetzt von Trimax noch einen 10er Subbombe? Wir haben es nicht geschafft. Achso, ja. Ja, ja. Opfer? Ui! Ui, 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 ui. Verstehst du, Zaber? Wenn wir sonst hoch, sonst geht es nicht. Ich bin schon wieder hinten, jetzt lässt er mich schon wieder hinten. Ey, uns bleibt mal in der Reihenfolge, bleibt mal in der Reihenfolge! Zaber, wir sind nicht in der Reihenfolge! Du musst letzter sein! Mann, du! Zaber! Zaber! Zaber und der Zauberkessel, ich rast raus! Scheiße, ich kann nicht... Ey, bitte Schrad! Charlie! Wie kann das sein, Mann? Du hast doch bescheuert! Schrad, du bist ein alter, ein alter, rustikaler, langsamer Sack! Ja, ich verarbeiten, tut mir leid, dass ich Geld verdienen muss. Hey, ich bin krankgeschrieben, scheiße! Heute erkläre ich dir, wie du bei einer Kündigung wegen einer Erkrankung eine möglichst hohe Abfindung herausholen kannst. Ich kann die Lichter über meinem Auto anmachen, das kann ich gerne nochmal machen. Das ist sehr hell, zieht euch eure Sonnenbrille auf, das ist wie Flashbang in COD. Wir gucken jetzt mal, wie hell die Lampe ist. Wehe, die Sicherung fliegt jetzt raus, wo die Jungs weg sind. Achtung, Flashbang! Eine Poldance-Stange vielleicht, wieso? Pools wird deiner Mom vorbeikommen? Dann können wir das gerne machen, Kapi! Ah, endlich mal wieder einen Mutterspruch bringen, Digger! Aber keinen Clip machen und wieder sagen, ich werde nur meine Zuschauer beleidigen. Leicht, nicht aggressiv, aber auf jeden Fall schon sehr gut vorbereitet aufs Spiel. Gruppenfoto! Gruppenfoto! Hey! André, du musst machen. André, du musst machen. Weil du als einziges kein Deutschland-Trikot hast, ja? Hello, darkness, my old friend. 1 bis 2.000 zu teuer, richtig? Nein, hab ich nicht. Doch, hast du gesagt. 1 bis 2.000 zu teuer? Hey, oder? Die war weg. Ah, Ali. Das kann sein, das ist mein Vorstand. Der Therapiewahn haben wir gelernt, unsere Gefühle auszudrücken, Jungs. Einmal die Woche quatschen ich und Mr. Bitcoin und reden über unsere Probleme. Oh mein Gott! Wir haben halt das GoPro-Micke anscheinend. Auch wenn du nicht so spielst, was du bist? Ich weiß! Nein, nein, nein. Ich bin ein Schwerger. Ich bin ein Schwerger. Ich bin ein Schwerger. Du bist so spielst, ich bin ein Schwerger. Ich bin ein Schwerger. Du bist so spielst, ja? Das ist einfach, das ist ein Arschloch, Mensch. Was soll ich machen? Das ist ein Arschloch, Mensch. Es ist ein Arschloch! Es ist ein Arschloch! Es ist ein Arschloch. Mal wenig sein am Mikrofon, der wirklich sich mit Autos auskennt. Ich fahre ja aktuell gerade die neue BMW E-Klasse. Mal wenig sein am Mikrofon, der wirklich sich mit Autos auskennt. Was ist denn jetzt los? Ich hänge! In Elden Ring gibt es so wenig Sachen für Platin eigentlich zum Einsammeln. Ein paar legendäre Waffen, ein paar legendäre Zauber- und Anrufungen, du verdammter Fickvogel, ich erklär dir was! Wie waren denn die PS Days bei Montezo? Die PS Days bei Montezo ist also mit Top 3. Oh, Papai! Eaci, Dich! Guck mal, wie die Schalien backen! Was steht da? Fick Dich, Zettelpuppe für Knöllchen. Zettelpuppe was ist das respektlos ... Das gibt ne Anzahl wegen Beleidigung! Zeig mal, zeig mal, zeig mal! Wo ist Kevin? Ich will nicht mehr Kevin, dein Stream ist scheiße zu mir, Kevin! Ah da bist du ja! So ein geiles Produkt, täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug Also abonnier kein Konzept oder Big Mac, bahn den Weg